Bibel Widerspruch Nummer 47 Hat Judas Jesus geküsst? A. Ja, Matthäus Kapitel 26, Vers 48-50 B. Nein, Judas kam nicht nahe genug heran, um Jesus zu küssen. Johannes Kapitel 18, Vers 3-12 Antwort, Judas hat Jesus geküsst. Johannes, der sein Evangelium als letzter schrieb, ergänzt manche Dinge, das Hinstürzen der Soldaten, die die anderen nicht berichtet haben, und lässt weg, zum Beispiel den Kuss, was schon allgemein bekannt war. Johannes Kapitel 18, Vers 39 Vielen Dank.